Schon geht's hier weiter mit How to Survive und wir wollten unseren liebebesoffenen Freund hier fragen, ob er unser Pilot sein kann. So say the authorities. Bullshit! Truth is, they were jealous. Even the birds were jealous. Because I was the best. I was the king of the sky. So if you want me, the king, you have to pay. And pay well. Whiskey and the hooker, that's the going rate. When I landed here, my plane had technical difficulties. The air and the birds totally fucked me. So my cargo fell out the back of the plane. Scattered all over the island. You fucking believe that shit? That's why I'm stuck here. I can't take off without my cargo. But if my cargo was loaded onto your plane, I definitely want to fly the fuck out of here, right? Okay. Jetzt muss ich dem seine Fracht finden. Na super. Was sagt denn die Map? Oh shit. Das ist ja auch überhaupt gar nicht verstreut. Puh, 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 puh. Gut, wo fangen wir denn an? Verbreiten wir uns doch erstmal dort durch, wo wir noch nie waren. Würde ich sagen, oder? Oh fuck. Zwei Minuten nicht mehr gefühlt. Oder... Na, na 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 na. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in der Nacht öffnen möchte. Oder doch lieber nicht. Was sagt denn meine Durstanzeige? Ich könnte mal wieder was vertragen, sagt die mir. So, damit wir alles noch auf frischem Vor... Also noch genug haben. Dann töten wir noch den Slenderman hier hinten. Na, wo sind die Krabbelviecher? Oh. Nein, das ist ein... Einer mit... Rüstung, der jetzt tot ist. Der säuft die ganze Zeit. Wie so ein Irrer. Zack. Flöp. Geh weg. Nachtviecher. Tschuhu. Jetzt kommt der hier, der neben... Okay. Da kommen ein paar mehr. Kein Problem. Die können alle nix. 25 gibt es für den Slender-Typ. Das ist nicht schlecht. Oh. Yay! Level up! Uh, da hinten ist... Oh. Noch einer. Watsch. Hier ist so eine komische Pflanze. Oh, das ist so eine Burana-Wurzel. Da können wir dem Affen dann auch noch sein... Sein... Äh... Seine Limonade vorbeibringen. Na komm. Weg mit dir. Jetzt rennt die hier natürlich. Die auch. So. Und dann müssen wir jetzt noch die Kettensäge rausholen. Aus zum Rüsten. Hallo! Äh... Weg mit dir. Und das möglichst schnell. Und dann bist du noch dran. So. Und dann können wir wieder wechseln. Wo habe ich den jetzt hier? Ausrüsten. Achso, das hier können wir wegschmeißen. So. Hier ist noch ein Slender-Typ. Yay! Slender-Typ! Oder Slender-Frau, besser gesagt. Würde ja gerne hier reingucken, ob dort irgendwas Spannendes drinne liegt. Das ist ein Medi-Kit und dort ist nämlich auch ein Buch. Vielleicht sagt uns das Buch noch irgendwas Cooles. Dann muss ich hier aber wieder übelst fighten. Ich mach erst mal einen Level-Aufstieg hier. Und zwar... Möchte ich gerne... Was möchte ich denn? Verhöhung den Schaden durch Sprengstoff. Molotov. Fähigkeit, anlockende Molotovs herzustellen. Muss ich das erst machen. Wandpfeile und dann kann ich anlockende Molotovs. Oder... Bessere Chance, ein kritischer Treffer zu landen. Ich glaube, ich mach das erst mal lieber. Und ich glaube, ich spazier erst mal hier hinter. Ganz fix. Was hatte der dabei? Munition. Was ist denn das? Goldene Katze. Für was ist denn die goldene Katze da? Ups, ups. Fuck. Weg mit dir. Die ganzen gepanzerten Kackviecher, echt. So. Jetzt. Jetzt. Wollte ich das wieder ausrüsten? Noch einer. Dann muss ich meine Kettensäge wieder raus holen. Rrrrraaah. Ja. Ausrüsten. Weg mit dir. Oh. Ih. Die Drecksviecher, ey. Warum treff ich denn den nicht zweimal? Mann, nein. Uh. Slender. Kackfass. Und die Kettensäge. Und die Kettensäge. Aha. Wird er jetzt stärker? Oh, was ist denn jetzt mit der Kettensäge los hier? Was für ein Bug. Vielen Dank. Jetzt ist es wieder ruhig. Boah, cool. Das hätte mir auch mal jemand eher sagen können, dass ich den noch aufrüsten kann. Und wir Piranhas am Start. Fetch. No, 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 no. Kann ich den jetzt so töten? Na, weg mit euch. Weg, weg. Was ist denn mit denen hier? Können die mal einfach irgendwie... So. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt Kettensäge rausholen und... Meine Fresse, halten die viel aus. Das geht mir ja ganz schön auf den Zeiger. So. Du hast eine Flasche. Kann ich eine Flasche aufnehmen? Ich glaube, ich werde einfach... Zusammenfügen damit. Ah ja, jetzt habe ich den besseren Bogen. Da habe ich jetzt auch wieder Platz für die Flasche. F aufnehmen. La, 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 la. Oh, hallo. Ähm. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Jetzt bin ich jetzt gleich beim Coco und hier ist auch so ein Paket. Jetzt habe ich aber wieder zu viel. Naja, ich lasse einfach die Munition fallen. Fallen lassen. Die brauche ich eh nicht so viel, weil ich die ganze Zeit mit den Boomerang rumschmeiße. Ah ja. Schneller selbstgebauter Boomerang, der hohen Schaden verursacht. Da brauche ich noch einen Knochen dafür. Kann das sein? Kurzes Rohr. Da haben wir doch schon ein paar davon, oder? Ja. So, nur wo kriege ich jetzt... Ähm. Wo kriege ich jetzt... Das kann ich dann fallen lassen, ne? Kette brauche ich jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt den Kanister aufnehme, kann ich den zusammenfügen mit der Kettensäge? Ne. Puhu. Tja. Ach, was soll's. Mal weg mit der Brille. Obwohl, einen Kanister brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Ich lasse den einfach wieder fallen. Ich glaube, ich... Mal gucken, was Coco will. Hallo, hallo, Coco, hallo. Hai, 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 hai. Was mit Coco spielen? Coco hide yellow shiny cat. Survivor get big reward for finding shining cat for Coco. Na geil. Zum Glück haben wir die ja schon dabei, ne? Upp, da bitteschön. Survivor very strong. Coco giving reward for survivor. Coco giving reward for survivor. Roter Stein. Zusammenfügen. Ein seltsamer Stein mit unheimlicher Maserung, oder? Ein legendärer Stein der Weißen. Aha. Ich hab keine Knochen, oder? Ne, Knochen hab ich nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich geh nach unten. Lass uns mal schnell da durch das Wasser gehen. Wo häng ich denn hier fest? Äh, ausrüsten. Oh, die sind alle. Fuck. Wo ich jetzt meine Machete wieder nehme? Äh. Toll. Das kann ja wieder Stunden dauern. Fuck. Falsche Taste gedrückt. Kopf ab. So. Boomerang wieder her. Fetern haben die. Keine Knochen. Mist. Ich würde aber doch gerne Knochen haben. Oh, crap. An sich ist das ja auch ziemlich cool eigentlich, ne? Das Schieß... Schieß... Dingsi. Hier ist das Paket. Will ich jetzt den Shelter aufmachen, oder nicht? Da liegen Sachen drin, ja, wieder. Übersches Ding für die Kettensäge, wie es aussieht. Aber eigentlich muss ich noch nicht, muss ich nicht ruhen. Jetzt habe ich denn hier eigentlich Durst und Hunger stillt das. So. Zum Teil habe ich eigentlich noch genug. Wo ist denn jetzt das nächste Paket? Da rechts. Rechts um die Ecke rum. Mist, da sind Piranhas. Ich will irgendwie Piranhas rumschleichen da. Weg mit euch. Ich muss mal ein bisschen Munition verbrauchen hier. Weil ich auch wieder ein bisschen einsammeln kann. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war jetzt natürlich wieder super geschickt von mir. Verstärkter Armschutz. Na schön. Ich bräuchte auch mal wieder Reifen hier. Was geht hier so drin? Nix. Super. Ja gut, dann bauen wir erst mal eine Bandage, ne? Äh. Stock. Fallen lassen. Dann können wir das zusammenfügen mit so einem Bändchen. Und dann benutzen wir die Bandage. Wupp. Und dann haben wir doch wieder volles Leben. Und dann fülle ich das mal auf. Und ich fülle das auf. Und das war's soweit erst mal. Gut. Dann. Gehe bis jetzt nach oben. Und zwar rüste ich aber jetzt wieder meinen Bumerang aus. Ich hätte gerne Knochen. Ich will Knochen haben, Knochen haben, Knochen, 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 Knochen haben. Wie komme ich denn jetzt am besten hier durch, durch den Sumpf? Äh. Weg von mir. Uah. Da hinten sind wir dran. Die. Oh, tot. Was für ein Pech. Äh. Geht weg. Okay, ja. Ich kann da hinten hoch. Oh, 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 oh. Weg, weg, weg von mir, ihr scheiß Piranhas. Geht bloß weg. Äh. Fuck, jetzt stehen die genau da dazwischen. Weg da. Uff, 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 uff. Näh, 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 geschafft. Ähm, und jetzt? Nix weiter hier. Nix. Gehen wir hier mal weiter. Oh, hier ist ein Dicker. Voll verfehlt. Das war ja mies. Oh, ja, eine Eisenplatte. Nice. Dann lassen wir das. Das lassen wir denn mal kurz fallen. Das hier zum Beispiel fallen lassen. Können wir. Und das. Huch. Ach so, so ausziehen. Und dann das zusammen. Nee. Zusammen fügen. Damit. Hä? Whatever. Dann brauche ich jetzt aber immer noch. So ein doofes. So ein doofes Reifending. Und auch Leder. Boah. So viel Scheiße. Yay. Herbarium. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich benutze mein Medikit. Boah. Das ist ja wieder so nervig. Oh, Ledergurt. Haben wir doch schon einen. Ah, was haue ich denn da jetzt weg? Es gibt so viele Sachen, wo ich habe keine Ahnung, ob man die brauchen kann oder nicht. Lassen wir das einfach fallen. Neben den Ledergurt. So, wie komme ich jetzt hier am dümmsten weg? Mit dem ich wieder ganz nach unten laufe, oder was? Boah. Ja, wie komme ich hier raus, ne? Diese Scheiß-Piranhas. Das sind ja auch welche. Das sind überall diese Drecks-Piranhas. Da muss ich hier wieder rauslaufen. Ja, ja, ja. Jo, 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 jo. Jetzt muss ich da oben wieder durch. Wir sitzen aus mit... Das andere Zeug ist noch relativ gut im grünen Bereich. Also, machen wir uns wieder auf den Weg hier hoch zu. Hoch. Hoch. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Hier hat man doch gerade alles gecleared. Jetzt sind die... Oh, fuck. Jetzt sind die hier schon wieder da. Ähm, 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 ausrüsten. So. Wo habe ich jetzt meinen Boomerang? Da. Hä? Wo kommen die denn immer her? Gibt es hier Knochen? Ne, schade. Was ist denn hier hinten? Wieder Guarana-Wurzeln. Nice. Die wachsen wohl nach, oder was? Oh. So eine Scheiße hier. Oh, buah. Oh, fuck. Was ist denn hier los? Alter, was geht denn hier ab? So, jetzt wollen wir die Kettensäge rausholen. Was hast denn du davon, du Kackfass? Boomerang, Boomerang. Oh, fuck. Jetzt wollen wir die Kettensäge wieder rausholen. Das geht richtig schön fix mit der Kettensäge. Muss man dazu sagen. Das ist richtig schön. Das ist hier. Zack, ist er tot. Wupp, 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 tot. So müsste das immer gehen. Wah. Oh, Mann. Wie viel sind denn das hier? Ich habe keine Lust, gegen die alle zu kämpfen. Vor allem, die kommen jetzt alle hier angelatscht, oder wie? Okay. Die macht vielleicht auch laut, oder? Kann das sein, dass das die Zombies auch noch ein bisschen anlockt? Was haben wir hier eigentlich? Selbstgebautes Maschinengewehr. Aha, aha, aha. So. So. Befüllen. Was ist denn hier so überwiegend laut? Oh. Mann. Okay, bitte, 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 bitte. Dann-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der-der. Wo? So. Jetzt haben wir den hier noch. Ja. Und dann das wieder aus. Oh, scheiße. Das ist hier so laut. Aua, scheiße. Du kannst doch eh nix, du Kackfass. Vor allem nicht auf die Entfernung. Du willst doch jetzt nicht etwa hier hochkommen, oder? Oh, scheiße. Verzieht euch. Als ob das riesenfette Feenig schon genug wäre. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Nein. Weiß nicht von mir, weiß nicht. Oh, fuck. Warum muss denn jetzt nochmal so ein Drecksvieh kommen da? Wow. Hau up. Shit. Das war ein schlechter Move. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war ein sehr schlechter Move. Ähm. Was lasse ich denn fallen? Was lasse ich denn fallen? Ich lasse das erstmal fallen. Zusammenfügen mit im Verband. Benutzen. Wieder die Zucht wird immer entdippt. Miau. Ah. Aua. Mann. Was ist denn das hier jetzt? Jetzt geht meine Munition auch noch aus. Uff. Toll, das macht mich wirklich viel Schaden, dass der da jetzt brennt. Oh, Munition. Ja, genau. Jetzt wird noch Nacht. So sieht's aus. Hervorragend. Ganz hervorragend. Oh, Mann. Warum? Wo ist das denn? Fuck. 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 Ich glaube, ich bin ziemlich am Eimer hier. Oh, scheiße. Oh, crap. Holy. Whatever. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wieso renne ich denn in diesen scheiß Schuppen da rein? Oh, fuck. Oh, fuck. Und überall sind die Geg- Überall ist hier irgendwas respawned. Und nervt mich tierisch. Komm. Oh, nein. Oh, shit. Oh, nein. Nein. Fuck it. So, nun wird's langsam knapp mit dem Verbands- und Heilzeug. Ich hab immer gedacht, ich hab genug, aber irgendwie verkacke ich's total gegen diesen Typen gerade. Das macht's nicht wirklich einfacher. Äh. Oh, crap. Warum? Hä? Oh, weil ich keine Munition hab, oder was? Oh, shit. Ich kann aber irgendwie auch gerade eine Ausfahrung. Oh, Gott sei Dank. Wie übertrieben viel hält er denn aus? Ah. Komm. Wo wird der denn jetzt hin? Oh. Komm, stürb einfach. Komm, stürb einfach. Bitte, bitte, stürb einfach. Oh, na endlich. Oh. Oh Mann, ey. Das. Oh. Alter, war der krass. Na bitte, bisschen übertrieben, ey. BCF.